So, gegen Nuffingham Forest im FA Cup, werden wir die A-Mannschaft spielen lassen. Ja, genau so eigentlich. Und dafür, gegen Watford im Hinspiel, die B-Mannschaft. Ja, transfertechnisch hat sich nichts getan, noch keine passenden Spieler gefunden, beziehungsweise Absagen auch schon gegeben. Auch unser Budget ist ja nicht das größte, von 2.050.000, nicht einmal 40.000 oder 30.000 Gehalt zu FA Cup. Spielen wir uns in dieser Saison. Gegen Nuffingham Forest, die haben wir im Kabau Cup schon erledigt. Da war es aber noch die B-Mannschaft. In dem Fall ist es die A-Mannschaft. Aber nichtsdestotrotz ein, jetzt ein schwieriger Kampf. Und da beginnt Nuffingham Forest. Ja, wir spielen daheim. Heimvorteil auch noch. Oh, gut weg, schade. Boah, stark glänz. Nuffingham beginnt stark und das wollen wir unterbieten. Den Anfang so, das Außenseiter schon mal ausblenden. Und vielleicht selbst eben früh. Hier loslegen. Darum eben sehr offensiv heute eingestellt. Zon. Zon. Sonn auf Williams, Sonn eigentlich abgeblockt auf Williams. Oh, und das könnte Rot geben. Hier liegt nicht gut gelöst, diese Situation, nicht gut gelöst. Ja, bleibt keine andere Wahl, es gibt Rot, der Schmerz setzt. Unnötig, unbillig. So, 23. Minute, man ist nur zu 10. hier am Feld. Und das ist Sonn, der den Ball gerade abgegeben hat. Willner übernimmt den Eindrufverleidiger jetzt. 4 9 4 10 11 12 13 14 15 15 15 15 Das war schön gemacht und wieder geklärt, knapp vor der Linie jetzt. Hm. Hm. 0-1, Lovingham Faust. Der Stürmer, der uns Probleme bereitet hat seit Anfang an. Ben, Boiretten. Jetzt hat's genetzt hier. Mein Gott, was sind das jetzt für Fehler, die sich da reinschleichen? Der Falk-Official hat gesagt, dass es ein Minimum von 2 Minuten dauert. Das wird weg. Halbzeitstand schaut nicht so gut aus für uns. Ähm. Es wird weiter hier. Ja. 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 Jetzt können wir die Wechsel machen. Gut, nächsten Wechsel. Zitern, Zitern. Nuffingham Forest. Ah, die Besse-Mannschaft. Zitern, Zitern. Nothingham Forest. Zitern, Zitern. Zitern, Zitern. rossi ausgleich joker setzt wieder ein die 39 steichen kammerich aufbaut aber der verlängert der google kippe auf rossi und der macht der faker preffer nummer eins in dieser saison und ein richtiger treffer auch für ihn der oh mein gott nächste rossi ganz kann man kein abseits 2 jetzt bt jetzt bt der stadion fehler ausgenutzt eiskalt auch barrett trifft hier ja von ihm kam die vorlage und wird jetzt offensiv wohl eingang zurückschalten oder besser doch 2 das wird vse bis hin kommen müssen ausgleich pro retten ah 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 might stadt bp zweiter treffer schön gemacht hier erwarten mit dieser reingabe auf die kochse und bad unter netzteil 2 es ist kultur von ihm jetzt die karte das mit hier was er war doch was nur einer der wichtigsten spieler jetzt zwei meiner lieben spieler geworden vor allem schwer merken und weg oh mein gott was für eine schau was war das bitte alle hinten Bis dann, ciao.